Hector verließ das Sprechzimmer mit mehreren neuen Ideen und griff schnell nach seinem Notizbüchlein, um sie niederzuschreiben. Zeitetüde Nummer 6. Schreiben Sie alles auf, wodurch Sie sich jünger fühlen, notieren Sie danach alles, wodurch Sie sich älter fühlen. Hector sagte sich, dass der alte François auf beide Fragen dieselbe Antwort hätte, die Liebe. Dann erinnerte er sich auch an das, was François über den Glauben gesagt hatte. Diese Gnade ist mir nicht gewährt worden. Das klang kurios, denn normalerweise war es doch der liebe Gott, der eine Gnade gewährte. Es hörte sich so an, als würde der alte François denken, dass es einen Gott gab, der ihm aber nicht die Gnade gewährt hatte, an ihn zu glauben. Zeitetüde Nummer 7. Wenn Sie nicht an Gott glauben, stellen Sie sich einmal vor, Sie würden an ihn glauben. Wenn Sie an ihn glauben, stellen Sie sich vor, Sie glaubten nicht mehr an ihn. Beobachten Sie, ob sich dadurch Ihre Sicht auf die verstreichende Zeit ändert. Und schließlich sagte sich Hector, dass zwar die Philosophen ihre liebe Note mit hatten, die Zeit zu definieren, aber dass wir uns davon nicht abschrecken lassen und es nichtsdestotrotz einmal versuchen sollten, denn selbst wenn wir keine Lösung fänden, würden wir immerhin zum Nachdenken gezwungen. Zeitetüde Nummer 8. Organisieren Sie ein Spiel mit Freunden. Versuchen Sie, eine Definition der Zeit zu finden. Erster Preis. Eine Uhr. Hector war sich dessen oft bewusst, dass all seine kleinen Übungen um die gleiche Frage kreisten. Ist es besser, mit der Zeit zu kämpfen und sie in ihrem Lauf aufzuhalten, indem man so tut, als würde sie nicht verstreichen und man wäre immer noch jung? Oder soll man im Gegenteil akzeptieren, dass sie dahin rennt und man ohnehin nichts dagegen ausrichten kann? Hector spürte immer deutlicher, dass es den Menschen helfen könnte, wenn er Antworten auf diese Fragen fände, dass es ihnen beinahe ebenso viel helfen würde, wie die Anti-Aging-Creams oder die Ergänzungsmittel zu den Nahrungsergänzungsmitteln.